Oh mein Gott! 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 Oh! Ich werd nicht mehr! Das beschreibt dieses Spiel. Das beschreibt FIFA 21. in seiner Kaputtheit. Ach du Scheiße! Oh mein Gott! Ich spiel einfach einen Rückpass zum Torhüter und will einfach Chili, Vanille, Lemon, Squilly hinten abwarten, dass er abpfeift. Spielt der einfach einen Hüterpass und dann pfeift der das weg. Oh mein Gott! Ich meine, es ist Gott sei Dank so, weil das wäre halt zu krass. Jawoll! Stand form? Argentina? MS? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was redest du? Er feucht ab! Ich hasse dieses Spiel! Was ist das denn? Was? 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 Mann! Was ist das? Digga! Ich höre nicht so ein Team 1-0 an so ein Turm an! Tipp mal! Jetzt! 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 Robertson sollte nicht mithalten können! War da drin, Alter! Walkout! Bruder, bitte! Ich hab Geburtstag! Ich hab Geburtstag! Ich hab Geburtstag! Digga! Wir ziehen Mbappel, Bruder! Wir ziehen Mbappel! Digga! Ich hab doch Geburtstag, Bruder! Ich hab doch Geburtstag, mein Bruder! Ich hab' alle zurück vom Posten! Aha! Ich hab' alle zurück vom Posten! Aha! Ich hab' alle in dieser Szene! Wir haben's gesehen! Und vor allem auf gehört! Aber ging jetzt besser! Okay! Ja, aber Fabel kann ja auch nicht! Fabel holt immer! Ja! 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 Ich hab' immer so! Ich meine, wenn er jetzt mal 26-4 holt, fährt er entwirft die Schnauze! Perfekt! Das kannst du direkt zuvor! Ich hab' alle schon schicken! Das ist kein Paul! Ja und dann! Ja und dann! Digga! Schönes Tor! Schönes Tor! Neva! Ja! Schönes Tor! Neva ist einfach der bessere Spieler! Einfach, einfach der bessere Spieler! Was?! 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 Als ob's für sowas Neva gibt! Walkout! Walkout! So sieht's aus, Jungs! Ist das ne Inform? Das ist so ne Karte! AUBAMIJANG DIGGA! AUBAMIJANG! Ok, gegen!!! recognizingでも Ach du Scheiße! Junge! Der schmeckt ja so nach Sahne! Ach du Scheiße! Was war da los? Wo bist du hingelaufen? Was ist da los? Ups! Hoppa! Oh nee! Oh! Boah! Ja! Oh! Ui Memo, ui, guck was ist hier los, was ist das, Leute bitte hört auf! Ich bin kurz davor mir Haarwats zu kaufen, weil es mir hier richtig auf die Zahl geht. Ja ist klar, er geht rein, wieder so dumm Junge ehrlich, dass der da reingehen kann, das ist ne Frechheit. Man was weh sie man! Was ist? Ja, wo bist du denn? Ja, geht jetzt gerade nicht, du rufst doch immer ungelegen an! Ah, jetzt liege ich hinten, weil ich hier dumm vollgelabert werde, Junge! Muss heute einkaufen gehen, Alter, und nicht morgen, Junge! Nein, muss wieder alles auf einmal gemacht werden! Dummes Stück, Alter, ehrlich! Nigger-Pack, los geht! Was geht ab, Fifi-Deutsch-Lind! Oh Gott! Oh mein Gott, blaue Karte! Frankreich! Stürmer! Nein! Oder? Kriegst man CL! Kriegst man CL! Kriegst man CL, ja Bruder, Kriegst man CL, ey, sche... Rett mal! Naaah! Den Trick scheint er aber nicht zu kennen! Zwei Mal! Wer in der Info hat schon das Karte-Deal verkauft? Der Gegner macht alles besser und das ist höchstens ein Gold-2-Spieler, hier der Typ. Das ist höchstens ein Gold-2-Spieler. Das siehst du, der macht nichts. Aber der lacht sich durch! Die... Ich den nächsten Controller kaputt schlage, ist mir völlig egal, wirklich. Jägen... Walkout, walkout! Ich küsse eure Nüsse! Es ist noch eine Icon, nein! Wir haben noch eine Icon! Wir haben noch eine Icon! Wir haben noch eine Icon! Oh mein Gott! Aaaaaah!!! Puh... Ich kann das hier noch hin? So verdient! So verdient, Alter. Wilfried Boney! Let's go! Let's go! Achtung, jetzt wird's assi. Oh! Oh! Ich wurde getötet. Ui! Ich bin sprachlos. Na 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 na. Ich bin sprachlos. Oh! Ich bin sprachlos. Das muss man klippen. Für FIFA Deutschland. Ole Ole! Ich bin sprachlos. 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 Vielen Dank.